So, so reisst die den Kopf ab! What the hell? Hey Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Cult of the Lamp, schon dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir einen Kreuzzug gemacht, glaube ich. Ist ein bisschen länger her, als ich die letzte Folge aufgenommen habe. Dann bin ich mir nicht mehr so genau sicher. Heute gehen wir auf jeden Fall zur Sporengrote und schauen dort vorbei und machen dann wieder einen Kreuzzug, hätte ich gesagt. Ja komm, hier noch kurz ein paar Samen reinmachen. Ich mache da die Kürbissamen rein, die wir vom letzten Kreuzzug haben. Perfekt. So, Betten haben wir genug. Glaub ich... Ah ja, und wir haben noch einen bösen Typen, genau. Dann müssen wir noch bekehren, Moxie. Dann haben wir am heutigen Tag schon. Jetzt ist Nacht. Okay, wir gehen kurz... Oh, es ist irgendwas schmutzig. Hier. Jetzt reinigen, dann gehen wir in die Sporengrote rüber. Und schauen dann weiter. Irgendwo liegt hier noch was rum. Aber wo ist die Frage? Irgendwo liegt hier noch was rum, aber ich sehe es nicht. Wo ist sie noch was? Bin ich blind? Ich sehe es einfach nicht hier, Moin. So, ich suche mal gerade ein bisschen weiter. Da können wir nachher direkt Ding uns fertig halten und so. Dann können wir los. Ah, hier. Ich habe es gefunden. Meine Güte, war das jetzt schwierig. Haben wir gerade irgendwas zum Opfern noch? Was wir gerade nicht benötigen? Nee, gerade nicht. So, äh... Kann ich ein bisschen Essen vorbereiten? Boah, wir haben extremst wenig, ne? Noch ein paar von denen. Und noch ein paar von denen. So, das ist doch top. Dann haben die noch was zu essen. Und dann können wir in die Sporengrote. So, der Tag sollte gleich anfangen. Happy hat noch einen Auftrag für uns. Oh, im Bett müssen wir noch reparieren. Ich wusste, dass du es schaffst. Du bist wirklich göttlich. Nice. Ah, da war ein Auftrag abgeschlossen. So. Perfekt. Äh, dann bekehren wir Moxie. Sollte der dann freundlich sein jetzt, ne? Ja, nice. Lassen wir den frei. So, perfekt. Dann haben wir jetzt kurz eine Predigt. Und schauen dann weiter. Äh, Rituale haben wir... Äh, Doktrinen, meine ich. Haben wir keine gerade, ne? Ne. Rituale opfern und aufsteigen lassen will ich eigentlich nur die, die alt sind. Weil unser Kult ist zu klein für... Das wir einfach so leichtsinnig Mitglieder opfern. So, wir haben neues Zeugs. Machen drei neue Flüche. Das klingt doch nice. Perfekt. Perfekt. Den haben wir noch weniger gemacht. Zählene Dekoration, die alle von unserem großen anführten, glorreichen So-So gefunden wurden. Wir verkaufen Sie, um Geld für Pilze aufzutreiben. Mehr Pilze. Wir brauchen immer mehr. Okay. Karten, Karten. Karten? Okay, der kann nur noch Karten sagen. Irgendwie geht es denen nicht so gut. Wer bist denn du? Ich grüße dich, Reisender. Ich? Na, ich bin natürlich so, so. Pilzforscher. Ich schätze, das macht mich zu einem Champion der Champignons. Nur ein kleiner Witz, den Sozo gerne macht. Ja, ja, Pilze sind Sozos Leidenschaft. Aber Sozo braucht mehr. Sozo braucht immer mehr. Oh Gott, der hat doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. What the hell? Du wirst für Sozo sammeln, ja? Ja? Sozo kann seinen Anhängern da draussen nicht trauen. Sie lügen, sie stehlen, sie flüstern sich Geheimnisse über Sozo zu. Sozo weiss es einfach. Sozo wird alles tun. Er wird an deinem Altar beten. Sozo widmet sich mit Leib und Seele deiner Sache. Sozo reisst dir den Kopf ab. What the hell? Sozo zeigt dir, wie du die Kraft des Pilzes nutzen kannst, damit sich die zerbrechlichen kleinen Köpfe deiner Anhänger deinen Wegen öffnen. Aber du musst sie nicht bei Sozo anwenden. Oh nein, Sozo wird dir freiwillig folgen. Solange du Sozo weitere Pilze bringst, wird Sozo alles für dich tun. Nimm den Weg nach Anura und such Pilze für Sozo. Du hast sie vorher vielleicht nicht gesehen, aber wenn du sie jetzt suchst, werden sie da sein. Ich kann ihm jetzt schon Pilze geben. Hier, hast du Pilze. Ja, ja, gib Sozo. Gib mir, gib mir. Hervorragend, hervorragend, aber nicht genug. Bring Sozo mehr. Und Sozo zeigt dir, wie du deinen Anhängern eine Gehirnwäsche verpasst. Sozo vermutet, dass du etwas für deine Mühen haben willst. Natürlich. Sozo bezahlt stets seine Schulden. Nimm das. Ah, der gibt uns auch so Teile. Oh, wir haben ein ganzes. Nice. Perfekt. Wliese. Du hast alle vier Teile eines heiligen Talismans gefunden. Talismane sind mystische Relikte, die die rote Krone verwenden kann, um neue Wliese freizuschalten. Am Altar in deinem Tempel kannst du Wliese freischalten und dich damit ausrüsten. Ah, okay, mit dem kannst du also neue Kleidungsstücke holen. Okay, wir brauchen auf jeden Fall mehr Pilze. Ey, aber der Typ ist doch nicht richtig gebacken, Mann. Der Typ ist sowas von nicht richtig gebacken. Irgendwo liegt hier wieder Ding herum. Die Bessern wurde wieder abgegradet. Nice. Äh, ich mach da noch ein bisschen Ding rein. Und dann gehen wir auf den Kreuzzug, hätte ich gesagt. Geh in Anura. Schauen wir doch mal. Tückisches Schwert. Ah, nice. Und ein Plasmaschuss. Okay. Geh in mal hier durch. Oh Gott, ich wurde fast vergiftet. Oh. Es ist gar nicht so lange her, dass wir die rote Krone verstoßen haben. Gerade mal ein paar tausend Jahre oder so. Die Ketzerei, die sie predigte, war nicht zu tolerieren. Solch schändliche Ideale konnten wir nicht dulden. Für diese verachtenswerteste Allersünden muss die Strafe langwierig und schmerzhaft sein. Ich lasse eine Hungersnot über deinen Kult hereinbrechen. Und durch unkontrollierte Gier und grenzenlosen Ehrgeiz wurde göttliches Blut vergossen. Ja, moin, okay. Wir haben ein Problem, liebe Leute. Wir haben ein Problem. Wir müssen Gas geben. Wir müssen Gas geben. Wer bist denn du? Ah, die rote Krone und die Bestie göttlich. Komm, ich habe Werkzeuge für dich, ja? Sie wurden von Schemach gefertigt. Meine Brüder, sie mögen hübsche Dinge besitzen. Aber meine Macht, mächtige Dinge. Wirst du zusehen? Wirst du zugreifen? Was wirst du im Tausch geben? Dein Fleisch, deine Knochen, deine Krone? Ah, ah, ich scherze. Ich mache Witze. Ich werde nichts nehmen. Nichts für Schemach. Was sind das für Dinger? Ah, Relikte. Ich glaube, die geben uns eben welche Fähigkeiten. Kann das sein? Ateriles Puderdose. Verwende ein zufälliges Relikt. Turuas Tentakel. Er zeige ein Tentakel, das bei Berührung Schaden verursacht. Finger des Exorzisten. Beschwöre einen Dämon, der dich im Kampf unterstützt. Stihis Zunge. Spawner Bomben im ganzen Raum. Schunre Ruest Talisman. Werde kleiner. Kudais Zähennagel. Beschwöre einen neuen Fluch mit erhöhter Stufe. Schwanz des Lüthors. Vergifte alle aktiven Gegner. Alas Zähne. Lass einen Sturm aus Blitzen auf die Ungläubigen niederregnen. Zähne des Eisblutes. Ich glaube nicht, dass es nur ein Zäh ist. Füriere alle aktiven Gegner ein. Siegel des Bischofs. Halte für eine kurze Dauer die Zeit an. Lapläses Würfel. 50% Chance ein Herz zu heilen oder 50% Chance auf ein Geisterherz. Blavars Talisman. Werde grösser. Glaunex Haar. Füge alle Gegner Schaden entsprechend der Menge deiner Taro-Karten zu. Okay. Relikte des alten Glaubens. Relikte sind mächtige Gegenstände, die mit der Macht des Glaubens durchtränkt sind. Sie können für Angriffe oder Spezialaktionen verwendet werden. Relikte können verwendet werden, sobald sie voll aufgeladen sind. Lade sie auf, indem du Ungläubigen Schaden zufügst. Manche Relikte können mehrere Male verwendet werden, während andere zerbrechlich sind und nur einmal verwendet werden können. Ah, ah, meine schönen Schöpfungen. Heilige Stücke, verehrter Wesen. Sie hungern, ja. Sie dürsten nach der Macht, die sie einst besassen, ja. Füttere sie, ja. Sie sind hungrig, hungrig nach abtrünnigem Fleisch. Lass sie schlemmen. Okay. Oh, nice. Ah, ja. Besser als eine alberne Karte. Besser als ein spitzes Schwert. Schemak ist besser. Kleiner Gott wird wiederkehren. Schemak wird Relikt geben. Schema wird Relikt fertigen. Schema wird eines Tages Relikt aus dir machen. Wait, what? Adieu. Er wird eines Tages ein Relikt aus mir machen. Das passt mir nicht ganz. Ich vertraue dem nicht ganz. Aber solange der mir hier Au-Pair-Relikte gibt, bin ich einigermassen zufrieden. Aber wir müssen auf der Hut sein, weil sonst sind wir plötzlich ein Relikt. Und auf das haben wir keinen Bock, irgendwie. Wir haben unsere Hungerprobleme immer noch, fällt mir gerade auf. Das sollten wir dann auch nicht vergessen. Aber ich muss halt auch Material mitnehmen. Wir gehen mal unten lang. Vielleicht ist das hier auch nur eine Sackgasse. Die kehren sich mit ihren eigenen Waffen. Ah, das ist eine Sackgasse hier. Oh, eine Taro-Karte. Angriffstemper hört sich. Nice. Können wir ein bisschen schneller angreifen. Perfekt. Dann müssen wir jetzt wieder zurück. Alles gekillt direkt. Ja, Mann. Eine Truhe voller Spinnen. Ja, Mann. So, kurz den ganzen Stein mitnehmen. Das ganze Gras. Weil das brauchen wir zum Bauen von Gebäuden. So, und jetzt weiter. Schnell. Bomben-Spawner. Okay. Und schlagen wir uns hier kurz auch durch diesen Felshaufen. Und weiter geht's. Yes. Ein Haufen Kürbis. Okay. Halloween-Dekoration. Wo gehen wir hier durch? Ja, komm, gehen wir shop. Was ist das? Fluch-Angriff-Genre hört sich um 1,5. Wie viel? 30 Coins. Nehmen wir mit. Nice. Eine neue Karte. Ich nehme einen tiefen Schock von der Essenz der Götter. Nämlich eine Anhängerform mit. Ein Frosch. Hehe. Oh, hier sind ja richtig viele Geschenke drin. Geschenke für die Anhänger. Nice. So, ist es ein Anhänger-Shop? Sieht so aus. Ich liebe das Knacken. Knacken ihrer kleinen Knochen. Kleine erbärmliche Kreaturen, aber so lecker. Äh. 6. 87% Rabatt. Nehmen wir mit, ey. Für 6 Coins. Retten wir den Kleinen. So, mitgenommen haben wir ihn. Ich nehme noch seinen ganzen Knochen-Zeugs mit. Er hat auf jeden Fall viele Knochen. Er ist die Kleinen einfach. Ja, moin. Seid euch die an, wie die hier angebunden sind. Na. Come on. So, machen wir die nächste Stage. Gehirnische Schanz-Energie halbiert. Also Lebensenergie, aber dafür doppelt den Shad. Okay, wir müssen wieder extrem aufpassen. Halte für ein kurzer Dauer die Zeit an. Oh, oh mein Gott. Ich hatte gemeint, ich kann ihn ersetzen, aber ne. Gut, jetzt haben wir halt einen Zeitanhalt. Aber Zeitanhalten ist eigentlich auch nice. So gesehen. Ah, wieder ein Weg ist richtig und ein anderer ist eine Sackgasse. Autsch. Ah, das ist die Sackgasse hier. Okay. Wir haben irgendwie extrem wenige Taro-Karten. So gesehen. Das ist ein bisschen mühsam. Mal schauen. Yes. Okay, die hätten wir auch. So, dann mal weiter. Nein, ich bin mitten in diesen Drecksfrosch reingelatscht. Das hasse ich so ein bisschen an den Fröschen. Du musst nur in sie hineinlaufen und sie machen dir damage. Das finde ich so ein bisschen, das macht die Frösche schwierig. So, wir haben es. Das war jetzt ein bisschen nerviger Raum mit diesen Bouncepilzen. Aber es hat geklappt, also. Ist doch perfekt, wenn es klappt. So. Nie durch. Oh, eine Karte. Yes. Äh, 10% keinen Schaden zu erleiden. Das ist doch nice. Äh, oder Explosion. Ich nehme die göttliche Explosion. So, die ist nice. Wir kaufen das andere und gehen in Boss Stage. Dann auf zur Boss Stage. Noch ein kurzes Ding mitgenommen. Die Hingabe. Und dann geht ihr weiter. Nein, ich wurde vom Anderen mit seinem Bogen getroffen. So. Boah, habe ich die weggeballert. Boah, ein besserer Dolch. Ja, mein. Nice. Boah, ich kann richtig schnell mit dem angreifen. Das ist richtig nice. Da ist schon wieder der Tarot Kartenhändler. Ja, mein. Und da ist schon die Boss Stage. Äh, ein schwarzes Herz. Das ist doch top. Aber ich will auch kurz die anderen Räume machen. Das ist jetzt richtig komische Fledermäuse, muss ich zugeben. Oh, wir haben noch eine Blaupause bekommen. Das Lamm aus Holz geschnitzt. Das sieht auch nice aus. Die Dekoration. So, dann gehen wir hier in die Richtung. Easy. Richtig nice. Okay. Wir bekommen gerade so richtig viel Material. Das ist sehr gut. Weil das benötigen wir, das Material. Und zwar unbedingt. So, nach unten ist die Boss Stage. Aber wir können hier noch weiter. Oh, es ist doch gelohnt. Wir haben noch ein Geisterherz gekriegt. Sehr gut. Perfekt. Gehen wir da nach unten. Zum Boss. Zepar. Das Zeitanhalten ist ja richtig nice. Komm schon. Geht drauf. Ja, wir haben wir da nach unten. Perfekt. So, nehmen wir ihn mit Oh, mitgenommen Perfekt Oh, wir können noch was mitnehmen Geschenk, Kürbissamen Ich nehme wieder die Kürbissamen mit Kann auch gut benötigen Yes, eine Doktrine Nice Oh, wir können nächste Folge vielleicht schon einen Boss machen Ja mein Jetzt er besiegt Wow, 123 Knochen Was? Okay, das ist nice So, äh, wir haben eine sehr grosse Hungersnot Ähm Wir müssen erst mal kochen Ja, ich komme gleich Happy Was willst du Happy? Dieses ganze Chaos hat mich krank gemacht Wenn ich nicht ausruhen darf, werde ich sicher sterben Oh, Happy ist krank Nee Happy Bettruhe Wir müssen jetzt erst mal aufräumen Weil es ist sehr unhygienisch hier gerade Und es macht sehr viele krank Und das ist nicht gut Weil wenn unsere Anhänger krank werden, gehen sie drauf Und das wollen wir auch nicht Darum müssen wir jetzt hier gerade ein bisschen aufräumen Ich hoffe, ich werde fertig Bevor die Nacht hereinbricht Aber ich bezweifle es So, yes, es ist alles voll Perfekt Yes, und wir haben noch eine göttliche Inspiration Äh, bessere Unterkünfte Opferstatue Dämonenbeschwörung Das klingt spannend Aber ich glaube, ich nehme mal die Opfer der Statue Eine Statue, bei der Anhänger zu deinen Ehren Opfer hinterlassen können Komm, nehmen wir doch, die ist nice Wir haben, glaube ich, noch einiges zu bauen Was wir noch bauen können Wenn ich mich nicht täusche Äh, ich sage gerade für in die Ding Krone Doktrine Yes, es hat noch gerade gereicht Äh, Besitztümer Ist Geld die Wurzel allen Übels Oder erhält das wahre Böse es mir vor Den Zehnten benötigen Schalte die Anhängeraktion Den Zehnten abnötigen frei Sammle einmal täglich von einem Anhänger Geld ein Anhänger bestechen Schalte die Anhängeraktion Anhänger bestechen frei Bestich einen Anhänger mit drei Münzen Um seine Realität zu erhöhen Äh, ich will nicht bestechen Ich will Zehnten abnötigen Aber das werde ich, glaube ich, kaum brauchen Weil wir haben eigentlich genug Geld, aber Man weiss ja nie, man weiss ja nie Darum einfach mal mitgenommen Wir haben noch so eine Scherbe Goldenes Vlies Der verursachte Schaden erhört sich bei jedem Kill Wird aber zurückgesetzt, wenn du getroffen wirst Du erleidest doppelten Schaden Vlies der Glaskanone Flüche verursachen doppelten Schaden Kosten nur die Hälfte an Eifer Aber Nachkampfschaden und Lebensenergie werden halbiert Du erhältst bei jeder Ziehung eine Tarokate, ein krankes Herz Wirst aber durch erlittenen Schaden vergiftet Das ist auch nicht nice Flies der zerbrechlichen Tapferkeit Alle Herzen werden durch 1,5 der Menge an blauen Herzen ersetzt Flies der Schicksale Ziehe vier Tarokarten zu Beginn jedes Durchlaufs Aber keine kann im Nachhinein gezogen werden Es ist alles doof, irgendwie Ich schalte jetzt auch mal die blaue frei Aber es ist alles doof Alles hat seine Vorteile Aber die Nachteile sind irgendwie viel grösser Die man hat Darum behalte ich höchstwahrscheinlich einfach das Normale So, jetzt halten wir noch eine Predigt Und dann können sie ins Bett So, ein paar haben noch gerade ein Level gemacht So, ihr könnt jetzt ins Bett Oh, es ist schon Whoops, Allah Tut mir leid Du kannst ins Bett Weil du pennst mir gleich fast an Ort und Stelle ein So, ich hätte gesagt Ich repariere noch kurz hier die Betten Hätte ich gesagt Ich bedanke mich wieder herzlich fürs Zusehen Wir sehen uns in der nächsten Folge von Hulk of the Lamb wieder Schau gerne mal in anderen Projekten vorbei Wir werden höchstwahrscheinlich in der nächsten Folge ein bisschen bauen Und höchstwahrscheinlich einen Bosskampf machen Oh, Penne, was möchtest du? Vollwollender Anführer Bitte verurteile mich nicht Aber ich wollte schon immer eine Mahlzeit aus Kot essen Kannst du mir damit helfen? Das machen wir in der nächsten Folge Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen Schau gerne mal in anderen Projekten vorbei Und bis zum nächsten Mal